Was bedeutet, wenn Engel fallen? Erinnert mich an die Vertreibung Satans aus dem Himmel. Meine Damen und Herren, die Voraussetzungen sind nicht an. Wir werden ein Wochenende zum Tag verbringen. Die Gastgeber sind bedauerlicherweise abgebildet. Deshalb schlage ich vor, wir holen nach, was auf dem Grund nicht unkündigt war. Wir stellen uns einander vor. Zehn kleine Engelchen. Die tranken ein Glas Wein. Das erste, das verschluckte sich. Da war es nur noch. Die Däumen. Wenn ich den Anfang machen darf, mein Name ist Frau Drachens. Ich bin Jurist, Staatsanwalt. Na gut denn, ich bin Philipp Thiemann. Meinetwegen auch Hauptmann Thiemann. Bis vor kurzem war ich Soldat. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ich bin Nora. Nora Seidel, die Sekretärin von Herr und Frau Kant. Dann müssten wir eigentlich von Ihnen her fragen können, wieso unsere freundlichen Gastgeber abwesend sind. Tut mir leid, ich habe vor kurzem was Traum. Diejenigen sterben, die stets nur andere verurteilen und selbst den Schatten bei sich nicht sehen. Meine Damen und Herren, ich bitte um absolute Ruhe. Jeder Einzelne von Ihnen hat sich eines ungesünden Verbrechens gegen Leid und Leben schuldig gemacht. Ich bitte um alles zu verbrechen. 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 Untertitelung. BR 2018